Das ist so lange, ich bin noch 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 Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Eurojax Simulator 2 und erst mal sage ich euch zu euch frohes neues Jahr und willkommen im Jahr 2014 Ja, es ist zwar noch nicht 2013, wenn ihr die Aufnahme seht, dann schon Ich nehme mir jetzt genau direkt an Silvester auf Wir haben es jetzt genau 19.02.40, also es sind ein paar Stündchen Deswegen nehme ich euch auf Da mir auch den ganzen Tag schon langweilig ist Deswegen nehme ich mir Nimm es mal auf Und wir fahren Sanitätsartikel von Köln nach Stuttgart Wir kriegen eine Vergütung von 11.600 Knappe 12.000 lang Sind wir mal so aufgerundet Und haben einen Weg von 360 km Jetzt müssen wir hier etwas vorsichtig lang fahren Äh, oder auch nicht Wir müssen erstmal noch durch halb Köln Glaub ich Schlafen wir noch, ist noch gelb Ja Einmal hier längst abbiegen Ich hab's auch gerade etwas eilig Warum auch immer Schlafen wir uns mal den da ein Wir gehen rechts ab Und warum labe ich hier gerade jetzt so ein Scheißen Egal Jetzt auf Richtung Autobahn Mit Fernlicht Nee, lieber noch nicht Wir holen wir erstmal die lahme Schnecke hier Ja Ups, da war ein Rockler Jetzt können wir Fernlicht anmachen Der Weg war ich mir gerade schneller vor als 77 Das ist aber vielleicht auch noch eine Enttäuschung Ist aber vielleicht auch noch eine Enttäuschung Wir müssen jetzt hier wieder schnauchen lassen Die mich nicht durchlassen Die schnauchen lassen da vorne Könnt ihr mal ähm Vielleicht mal schneller fahren Für mich ist da auch nicht durchdringeln Für mich ist da auch nicht durchdringeln Ja klar, jetzt gehen wir zur Speed Seltsam noch Seltsam, seltsam Guck mal, und hier kommt ein Dumpel Und hier kommt ein Dumpel Richtung Frankfurt und Mannheim Können wir jetzt bald mal losfahren? Dankeschön Och nee, nicht Landstraße Wirklich hast du Landstraßen Warte Scheiße, 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 scheiße Ganz knapp Aber sowas ist halt Geld Ihr habt da sicherlich den ganzen traurigen Graben mit Michael Schumacher mitgekriegt Der jetzt Wann war das? Gestern? Ich glaub gestern oder vorgestern passiert ist Ich wünsche Ihnen meine gute Besserung Weil ich war früher ein sehr großer Fan von ihm Bin's immer noch so ein Böschen Aber ich bin halt immer so vor Formel 1 Sondern eher auf Fußball oder so Wie gesagt, mein ASV Oder unser ASV Oder wie auch immer Einfach sagen, über der ASV Klappt, glaub ich besser Äh, ja Wenn wir schon zum ASV kommen Ich weiß, der ASV ist nicht so weit Ist nicht gerade der beste Verein in dieser Saison Liegt doch auch daran, dass Das sind hier die richtigen Trainer sind Ich finde den neuen Trainer zwar auch gut Aber, ne Ich werde die Rest der Saison erstmal warten Und was ich auch hoffe Dass er dem hier Michela Saga verpflichtet ist Nimm ich jetzt meine neue Lieblingsspiele bei dem Au! Hamburg ASV Au! 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 Okay, jetzt weiß ich wie es Ist ein... Ich probere nichts zu kriegen in real life Aber hier ist der Fakt, dass ich das Spiel neu laden muss Ja, ganz toll Na, ganz toll Ja, sorry, es sind jetzt zwar keine Probleme Ja, sorry, es sind jetzt zwar keine Probleme Oh, da geht's Aber jetzt könnt ihr mir mal eine Frage beantworten Und wenn ihr jetzt die Antwort wisst Schreibt das mal bitte unter die Kommentare Ich würde gerne wissen, was Q Äh, Ö und Ä ist Bitte schreibt das mal unter die Kommentare Oder was ist Was hat diese Funktion zu bedeuten Ich hab keine Ahnung Was das sein soll Ich hab keine Ahnung Ich hab zwar eine Eine Störung schon gefunden Aber ich weiß nicht Was das sein soll Oder was es bringt Bitte schreibt das mal unter die Kommentare Danke So viel dazu, jetzt fahren wir hier unsere Fahrt weiter Ja, dann Tanken müsste ich auch Demnächst wieder Aber jetzt fahr ich erstmal etwas vorsichtiger Okay Ja, was gibt's denn noch heute zu sagen? Ich hab nichts heute Was, wenn ihr auch wenn dann zum Knallen oder so hört Nicht von dann ist es Silvester Und die knallen ja wie in jeder Stadt oder Dorf Sehr früh Ja Das ist egal Mein Fenster ist so, obwohl es eigentlich offen wird Äh Jetzt offen wird Wenn ich nicht aufgenommen hätte Nee Scheiße Jetzt da den Äh, ich hasse das Flamse anzufahren Ups Ich weiß nicht Warum? Tankenstelle wäre scheiße, aber auf die falsche Runde Ich muss einfach erst tanken So, jetzt sollen wir schnell volltanken So, jetzt sollen wir schnell volltanken Und losfahren Und wie ihr seht Kommt gerade dazu Oder der fällt gerade dazu Scheiße Oh, jetzt geht's nicht weiter Okay, jetzt geht's nicht weiter Ach, jetzt behöse ich auf der Seite war nur einer Ach, jetzt weiß ich auf der Seite war nur einer So, jetzt weiß ich nicht im Wagen. Boah, hier ist 30 und nicht 20. Ja, weil das Ding jetzt blinkt, müssen wir warten. Ich frage mich, ob das normal ist, ob die, wenn die blinken müssen. Okay, der hält auch mal so. Okay, wir warten. Okay, der hält auch mal so. Okay, wir warten. Oh, geil. So, fangen wir in die Schranken runter. So, fangen wir an. So kann man die Zeit auch verbringen, mit Waden. Ich fahre gleich weiter, wenn der Zotibre kommt. So, kommst du jetzt bald mal? Ich muss Dienstag um 11 Uhr fangen. Bin jetzt auch nicht willkommen, dann wird das nichts. Obwohl, 15 Stunden, na klar. Hm, seltsam. Keins, doch nichts. 10 Jahre später. Ach, wisst ihr was? Wir fahren da weiter. Habt ihr selber schuld, ihr Noobs, wenn ihr da warten wollt? Ja. 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 Ja.